Britney Spears ist verliebt und die Welt kann das ruhig wissen. Die Sängerin geht seit 8 Monaten mit David Lucado aus und es scheint immer ernster zu werden. Die 31-Jährige erzählte in Entertainment Tonight, dass sie verliebt ist und sagte, ich bete ihn an. Sie meint, David sei ein einfacher Mann. Er sei lustig, leidenschaftlich und wirklich stur. Britneys Vater, Jamie Spears, war nicht auf Anhieb so überzeugt von ihm und ließ die Vergangenheit von Britneys neuem Lover durchchecken. Und was hält die Künstlerin von der Spürnase ihres Vaters? Sie meint, dass er nur ein bisschen verrückt ist. Britney sagt unterdessen, sie hätte sehr gerne noch mehr Kinder, aber sie wissen nicht, ob sie noch einmal heiraten wird. Die Popprinzessin hat anscheinend ihren Prinzen gefunden. Musik 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 Musik